Hallo und herzlich Willkommen YouTube heute zu einem neuen Tutorial Heute spielen wir Star Wars Wars Unleashed 2 Ich habe es glaube ich mal ganz kurz angespielt, also nicht sehr weit So 3 Stunden oder so? Achso, Gott, wo ist mein Xbox-Controller? Hier So, erstmal zack, zack Ich wusste gar nicht, dass es mit dem Xbox-Controller geht, dann geht die Maus weg Dann stellen wir uns den Spielstand So, wir starten Ach, noch im Mittel ist okay Jo, ähm, es war einmal vor langer Zeit in der weit entfernten Galaxie Star Wars Dmn 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 dhnn dmn d dmn, d dmn dmn dn dmn dh d ph Saw wär zw mit jetzt nicht nur springen was bringt doch die 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 Wir wollen uns nicht sehen. Du bist scheiße. Da ist auch Schiff. Das sah jetzt echt episch aus. Alles fliegt immer noch. Wer ist da wohl drin? Bei den Kloenkriegern schießt du mich, soweit ich jetzt noch hier so... Ah, können die Kloenkrieger sein. Veränder, da wo sie mal steht. Ich will mal kurz gehen. Ja, ich bin ein Fogenfilter. Das weiß ich nur weiss. Ja, bin ich gut. Auf Wieder. Oh. Im ersten Teil sind wir ja gestorben. Du lebst. Wie lang dieses Mal? Wie lang dieses Mal her? 13 Tage Isolation. Beeindruckend. Die Macht. Gib mir, was ich brauche. Die Macht. Die dunkle Seite. Mein Meister. Mein Meister. Da brauche ich eigentlich wohl gar nicht vorlesen. Komm. Star-Killers Jedi-Mentor wurde gefangen genommen. General Cota? Ja. Nach Abschluss deiner Ausbildung wirst du nach Cato Naimoidia reisen und exekutieren. Ich mach mal kurz hier. Weil die ist aus. Vader glaubt er hat dich. Doch ich schmüre die Zukunft. Vader wird nicht immer dein Meister sein. Nee. Du wirst noch von Visionen verfolgt. Nee, nicht mehr lange. Ja, Meister. Ich... rieche einen brennenden Wald. Ich... sehe den General fallen. Ein Raumschiff schlägt neben mir auf und der Boden bebt. Ich höre... eine Frauenstimme beim Einschlafen. Die Erinnerungen eines Toten. Eine Nebenwirkung des Klonprozesses und der Erinnerungsfetzen, die zu deiner Ausbildung benutzt wurden. Sie werden verblassen. Hoffen wir. Und wenn nicht... Dann hast du keinen Nutzen für mich. Starkillers Emotionen machten ihn schwach. Du musst zerstören, was er erschuf. Oh Gott, wie kämpft man drüber? Zwei Leserschwerte. Und du musst hassen, was er geliebt hat. Sie hat jetzt die perfekte, marktlose Haut. Hohoho. Äh... X. Ihr seid Vader immer noch treu. Er nannte mich Verrenterin und wollte euch vernichten. Was geschieht mit mir? Ah. Zack, zack. Ich kann das mal alles. Jetzt gibt das Schicksal der Allianz allein in eurer Hand. Ah, was ist los? Ihr seid Vader immer noch treu. Kommt los. Ja. Er nannte mich Verräterin und wollte euch vernichten. Wie passiert das? Wah. Baaah. Hat mir aber so gut. Bitte lasst mich nicht noch ein Leben verlieren. Ah. Das kommt... ...malt! nicht juno ja streck sie nieder ich kann es du kannst du wurdest erschaffen mir zu gehorchen ich hätte dann ist es wie ich befürchtete warum geschieht das mir der beschleunigte kronprozess es ist noch fehlerhaft deine vorgänger wurden innerhalb von monaten wahnsinnig ich glaubte du wärst der erste erfolg doch dir steht dasselbe schicksal bevor was werdet ihr mit mir tun du bist doch mein vater papa was ne ich bin ich bin ah für die märze sind ganz sicher ne denkt nicht dass du Vater ist ist das nicht eigentlich kein Skymarc ok springen wir mal ich bin schon noch ist nicht kaputt mitmach mitmach mitmach. mitmach 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 Gut 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 Uu uu gut 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 eat fish Ein Objekt ist ausgebrochen Abregelung Maßnahmen eingeleitet Bleibt an ihm rein Was? Schon tot? Bäm! Ich bin ein Freak. Ich soll also ein Freak sein. Ich bin kein Freak. Ich bin ein Freak. Was ist das? Das ist nur ein Freak. Oder? Okay, anders machen. Ich kann das Gegend ein. Ich kann das auch noch mal aufbauen. Ich kann das auch noch mal aufbauen. Dann habe ich den Schaden. Ich habe den Schaden. Und jetzt kommt mir ein Freak. Ich bin ein Freak. Und dann kommt der Kaupp. Niiiihiiihiiiihiiiihiiiihiiiih! So, die Tür kriege ich ganz einfach hoch und BAM! Hey! Heh, das drängt durch! Zack. 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 Was bringen ich mal? Aha. Kannst. Mit der Machengriff. Ah. Seht wohl einfach vor meinem Mann aus. Oh, ist ein Kurbus. Die bringen... Schwert. Schwertkristall. Natürlich Haupt. Sieht epischer aus. Ja. Das habe ich immer früher nie beim Ding verstanden. Mach ihn fertig. Ja. Du willst also mit mir spielen. Wir spielen das Hängespielchen. Aber ich gehe jetzt noch hin mit dem. Halt dich fest. Halt dich fest. Ich habe gesagt, du soll dich festhalten. Ich will dich also nicht festhalten. Ich will dich also nicht festhalten. Er lebt immer noch. Er zappelt immer noch. Ich würde lustig. Äh. Quatsch. Wird so fertig und rot. Wie genau. Ja. Wie genau. Wie genau. Ja. Wie genau. Wie genau. Böse. Bildschirm. Das ist brutal. Ich bin kein Ding. Du. Ach, scheiße. Juhu. Schwitzkristall. Boah, episch. Juhu. Schwitzkristall. Mach Schübel. Böse. Ist mir doch scheißegal, ob er... ...Männer verliert oder nicht. Und... Ich finde, ich spüle einfach zu etan. Ja. Sie sind eben nicht mehr. Ein grünen Pack. Äh, mach's mal jetzt schon hinten. Ja, gut. Komm da hoch, warte. Warte noch, bis ich umgehe.